Ja hallo und herzlich willkommen zurück Freunde bei ShashokLive und ihr hört es sicherlich schon, weil immer wenn ich so klinge, dann muss ich nachsynchronisieren und ratet mal was ich gerade eben machen darf aus dem Grund, dass ich vergessen habe, mein Mikro zu entmuten, was mir dann auch am Ende dieses ersten Stückes klar wird. Ich glaube, das sind jetzt sechs Minuten, wo ich es verpasst habe, irgendwie zu labern, beziehungsweise ich habe gelabert, aber es war halt mein Mikro nicht an und wir machen schon mal 90 Degrees, was ganz gut funktioniert, da ich einen Roller habe. Und ja, ich kann schon mal voraussagen, das haben wir wenigstens geschafft, weil es war letztendlich nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, was ich da alles gemacht habe. Wir haben einen Zipper benutzt, der ziemlich lustig ist eigentlich. Und Feuer. Das ist nämlich eben dieser. Der macht eigentlich ganz schön viel Spaß. Und wenn man davon die stärkere Stufe noch hat, haut er bestimmt sehr rein. Rügenboge! Oh, der macht nicht mehr Schaden. Achso. Ja, was nehme ich da hier als nächstes Stinkhole? Gucke mal einen an. Und der feuert auf seinen eigenen Kameraden. Super. Ich hoffe, dass ich das jetzt so hinkriege, dass... Ja, ich habe das so hingekriegt, dass ich den gleich eliminiert habe. Juhu! Und da fehlt nur noch hinten der. Und wenn ich mich recht entsinnere, dann habe ich das jetzt einfach gesagt, dass ich da in der Mitte das wegbombe. Weil, ja, macht halt einfach mehr Sinn. Mit der Flower zum Beispiel, weil die an sich dann ganz gut Schaden macht. Da habe ich auch gleich volle Bude dagegen. Und zack. Naja, mehr schlecht als recht. Ich glaube, innerhalb der nächsten zwei Schüsse habe ich es dann da auch geschafft, da durch zu ballern, glaube ich. Erstmal ein Rapid Fire. Ist natürlich auch sehr schön, wie man hier sieht. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, dieser kleine Punkt heißt einfach nur, wenn du damit triffst, kommt dann auf den Gegner so ein Spezial-Artifier runter. Da habe ich überlegt, ob ich den Tunnel annehme, weil er letztendlich nichts gebracht hat, außer dass der Hügel weg ist. Und hier kriegen wir erstmal schnell einen Sparkle ab. Ja, ich glaube ein Sparkle. Ja, es durfte noch die Grundform sein. Und da haben wir den Hügel komplett weg. Jetzt müssen wir letztendlich nur ein Waffe auswählen, wo ich dann den Twinkler nehme. Und hier habe ich gemerkt, oh, die bouncen ja ganz schön oft. Oh, 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 das tut weh. Und fucke dich hier noch auf ganz kleinen Hügelchen. Und mit dem Twinkler treffen wir euch auch sehr schön. Und eigentlich müsste ich in dem Moment jetzt nur ein kleines Stückchen höher stellen und Flame benutzen. Tue ich das auch? Nein, ich benutze ein Cactus, stimmt's? Oder? Nein, ein Zinkhole. Okay, das geht natürlich auch. Ja, und jetzt müsste ich theoretisch gesehen nur ein kleines Stückchen höher stellen. Ja, und... Oh, achso, okay. Doof. Dann haben wir den verschwendet. Aber naja, wir haben ja noch Flame und Kaktus. Und mit Kaktus könnte ich theoretisch gesehen einfach ein Stückchen runter stellen und ein Stückchen zurück. Ja, ein Stückchen... Junge. Ja, da versaue ich das Elm wieder. Und Feuer. Ja, genau so habe ich das nämlich auch gedacht, dass das so passieren wird. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, der kann auch flower, nur größer. Und da fahre ich sogar ausnahmsweise mal ein Stückchen hoch und bekomme neue Waffen. Toll, ne? Ein Twinkler, ein Zipper, ein Snake, ein Roller. Und ich glaube, letztendlich hat sich das mit dem Zipper noch nicht erledigt. Weil ich da immer nur so ein bisschen Spartan nicht dran treffe. Aber ich glaube, mit dem nächsten Schuss hat sich das dann. Und der trifft natürlich mit dem Ding ausnahmsweise mal genau. Was sonst nie trifft. Wirklich nie. Und dann probiere ich das sogar... Probier ich das gerade wirklich mit dem Shot? Wow, ich habe es gerade wirklich mit einem Shot probiert. Oder ich habe einfach nur vergessen, was Spezielles auszuwählen. Und hier die Pixelbomb! Und die macht auch noch so ein schönes Geräusch, was wir gerade nicht hören. Was aber in... Ich weiß nicht, ob in dieser Folge oder der nächsten Folge noch zu hören sein wird. Und wir treffen natürlich sehr schön mit dem Twinkler. Der leider noch nicht so viel Schaden macht. Ja, mit dem hat er jetzt überhaupt nicht getroffen. Und ich hoffe, dass ich aber... Ich benutze natürlich nicht die Snake, weil ich gucken wollte. Hey, was macht denn die Glock? Ja, die Glock, die... Ja, die Glock macht den da. Die schießt einfach mal genau. In die Richtung. Toll. Ne? Ja, dachte ich mir... What the fuck? Ja. Mit dem Roller wird doch bestimmt auch wieder nix. Und... Na, nein. Deswegen brauchen wir dann die besseren Roller, weil die rollen weiter und machen mehr Schaden. Und ich glaube, ich habe es dann aber irgendwann mal geschafft. Hier mit der Snake. Bitte. Dankeschön. Ja, und letztendlich... ...kam jetzt schon der Punkt, wo dann und so... Ja. Mission complete. Ein Level Up gleich noch schön. Level Up! Und da sind wir Level 11 und bekommen einen Tank am Quade-Token. Und bekommen die Pixel Bomb. Und da ist die Verbindung weg. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass die Server von dem Spiel in Kleve stehen, wo... Wie spielt war das? Ich glaube, halb eins. Halb eins morgens das Internet ausgeschalten wird und die Bordsteine hochgeklappt werden. Falls jemand den Witz kennt. Ähm... Ja, aber es war einfach eine Katastrophe. Die haben, glaube ich, irgendwie einen kleinen Server-Overhaul gemacht und das hat Stunden gedauert und... Irgendwann habe ich mir dann gesagt, fuck ihr, dich hör jetzt auf aufzunehmen. Und bin dann zum Bett gegangen. Ich glaube, eine Folge ist es letztendlich noch geworden. Die ähnlich gut mit Verbindung und des Weiteren lief. Ja... Naja... Aber ich kann jetzt an dem Punkt eigentlich schon wieder übergeben, weil man wird gleich meine... Bestürzung über meine Erkenntnis mitbekommen. Also dann, ich übergebe an den richtigen Jokeler. Oh, fuck. Oh... Irgendwann später. Ja, da ist mir das Spiel abgeschmiert und ich habe vergessen, mich zu entmuten. Ich... Bekomme minimal eine Macke und mir fällt gerade auf, ich müsste auch mal die Lautstärke wieder anmachen. Und Bäm. So. Oh, ich kann nicht kotzen. Aber wir haben 90 Decrees geschafft und irgendwas freigeschalten. Ich glaube, die Pixel-Bombe haben wir jetzt. Und ich glaube auch sogar... Ja, wir haben wieder einen Upgrade. Nehmen wir mal das. Und geht wieder zurück in den Singleplayer. Hey, und da haben wir jetzt Rainy Day. Ich mag Regen. Das habe ich ja schon mal erzählt. Was haben wir eigentlich allgemein hier? Sharpshooting. Fireworks. Gab es da nicht ein Lied von Katy Perry? Nein, ich singe jetzt nicht. Suicide wie Suicide Silence. Äh... Dingo ate your baby. What the fuck? Thinking with... Äh... Thinking with portals. I don't hate you. Shifty. Carnival Toss. Carnival... Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Carnival Korps? Keine Ahnung. Nee, Carnival Korps. Carnival und was war ein Anime? Äh... Was brauchen wir? Heavy... Ich lese halt nicht Heavy Hitters. Ich lese Heavy Hitlers. Toll. Naja, dann. Vor allem sage ich, wie wir uns in Battle Royale schlagen im letzten Part. Und inzwischen sind wir bei Shell or Be Shelled. Man, bin ich drauf. Rainy Day. Ich muss nur dran denken, auch rechtzeitig dann aufzuhören. Wett. Ich weiß noch nicht mehr, wie bei Ihnen funktioniert. Äh... So. Ach, leck mich am Arsch. Okay, das ist natürlich krass. Das ist natürlich fucking... Boah, wie nice. Alter, wie geil. Oh, komm. Das wird nicht reichen. Oder? Nein. Das wird nicht reichen. Nein. Komm. Oh, und restart. Ich hab doch restart gedrückt. Land 5 Bomber, Skyshorts. Wieder ein paar IP mehr. Juhu. Machen wir das so. Und mal gucken, wie wir alles treffen. Und damit haben wir schon zwei raus. Dann machen wir das mal so. Komm, jetzt müssen wir die anderen zwei auch noch rauskriegen. Und das reicht. Juhu. Haben wir Wainy Day weg. Boah, das ist geil. Das ist echt geil. So was feier ich. Weil es immer fucking Spaß macht. Und ich hab meine Stimme an. Juhu. Ich freu mich, dass ich das nicht vergessen hab. Mich zu entmuten. Lala, beim Token wiederhergekriegt. Und. Wappmann entlagt Bilder. Ach, da wo wir jetzt hinfeuern, macht es immer weiter hoch statt runter. Okay. Gut zu wissen. Kann ich ja meine eigenen Maps bauen. Ja. Mal wieder. Options. Tank. Und. Sie sind da. Reinforced Barrel. Mir ist grad sowas aufgefallen, was, 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 wie das aussehen würde, wenn ich so weitermache. Ja. Aber so rum in der Richtung ist es nicht das Zeichen von den Nazis. Vor allem, wenn man sich mal so das von Weitem anguckt. Das sieht aus ja wie das eiserne Kreuz. Hier in der Mitte noch. Alter, was ist das für. Ich sag da gar nichts zu. Ja, aber in der Richtung ist es nicht das Hakenkreuz. Wir wollten übrigens mal bei Parts schauen, denn wir haben eine neue Kuppel. Runde. Toll. Hier kann man ein kleineres Kanonrohr freischalten. Toll. Ich lass einfach mal die runde Kuppel. Und wir gehen in den Singleplayer wieder zu Sharp Shooting. Mit 60 Erfahrungspunkten werden wir schaffen. Toll. Nur Sniper. Feier. Schalalalalalalala. Soviel dazu. Warum mach ich nicht einfach? Ich darf mich nicht bewegen. Okay. Gut zu wissen. So. Nein. Hätten uns auch einfach mal vier Schüsse geben können. Oder so. Oder sechs am besten. Warum ist das eigentlich von... Warum muss das von der Schwerkraft beeinträchtigt sein? Das verstehe ich nicht. So. Jetzt aber. Fuck you. Ich werde ja noch meine geistige Gesundheit... Gesundheit. Genau. Geistige Gesundheit verlieren bei dem Spiel. Wieder zu tief. Diesmal kann ich mich halt wirklich nicht bewegen. Wieder drüber. Willst du mich verarschen? Vor allem, das ist einfach sowas... Genau zwischen dem, was ich vorher geschossen habe. Mittlerweile jetzt. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Wow. Vielen Dank. Nice Shot. Du mich auch. Du mich fucking auch. Nicht hier zu dü... Würde daneben gehen. Also noch ein Stückchen hoch. Bitte lass das treffen. Dankeschön. Ich kann ja einfach mit der Maus im Endeffekt lang machen. Wieder daneben. Also noch ein Stückchen hoch. Bitte lass das treffen. Bitte lass das treffen. Natürlich nicht. Und ich war zu langsam mit dem Restarten. Das trifft nicht. Sag ich doch. Jetzt brauch ich ja fucking ewig an so einer Sniper-Mission. Ich krieg ne Macke. Bisschen höher. Fire. Einmal. Dass das klar ist. Fire. Danke. Vor allem hielt es den an. Ich hätt gelacht, wenn er mit draufgegangen wäre. Und dann bitte noch so. Dankeschön. Gibt's ein bisschen Sniper-EP. So. Erfahrung für die Targets. 30 und 60 für Mission Complete. Naja, immerhin 90 EP. Dafür kann man schon mal 20 mal retrainen. So, Katie Perry. Was hast du drauf? Zeig mal, was du kannst. Mädchen. Was ist das? Ich weiß doch gar nicht, wie Feuerwerks funktioniert. Okay. Why the fuck not. Ach, die schießen zurück auch noch. Toll. Gott sei Dank nicht oft. Dankeschön. Ich darf auch wieder. Äh. Äh. Verdammt. So. So. Ich könnte auch einfach ein Stückchen weiterfahren. Fällt mir grad so auf. Natürlich. Natürlich. Das will ich auch haben. Das klingt gut. Toll. Kann ich Benzin verfahren. Super. Das reicht doch bestimmt nicht. Äh. Für die anderen. Kann ich das noch einmal so machen? Dann muss ich mir für den vorderen was überlegen. Okay. 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 Soviel dazu. Ähm. Reicht das für beide? Na ja. So mehr oder weniger. Äh. Wie mach ich das jetzt? Ich nehme mir einfach ein bisschen mehr weg. Komm. Bitte mach mich stolz. Du hast es reichen. Ja. Souverän. 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 So. Und die Erfahrung für vier bitte. Mission complete. 54 in-game AP und 35 nochmal so. Und Fireworks bisschen gelevelt. Boah wie geile Waffen es hier gibt. Ich glaub. Ich weiß gar nicht wie oft ich das schon gesagt hab. Bin gespannt weil ich bei Suicide machen muss. Destroy enemy tanks and targets. Wie jetzt? Ich muss mich einfach nur selbst killen oder wat? Hab ich das richtig gemacht? Hä? Wat? Ach so. Der kleine Ball da ist das Target. Toll. Das artet jetzt in Millimeter Arbeit aus. Wie soll ich das schaffen ohne mich selbst zu killen? Ach so. Ich verstehe. Ich habe verschiedene Waffen. Waffen. Warum mach ich es nicht einfach so? Müsste doch gehen oder? Natürlich nicht weil Horizon was anderes war. Ich dachte das war ja dieses was bis zu den Seiten hinweg geht. So. Twinkler funktioniert ja bestimmt auch nach dem Prinzip, dass sie wieder runterkommen. Natürlich tut es das. Was mach ich da? Breaker könnte ich vielleicht probieren. Nein. Ach doch. Ach ich verstehe. Ich muss versuchen mich irgendwie so wegzugraben, dass... Ah. Ich verstehe. Natürlich reicht auch ein normaler Schuss, um mich zu killen, weißt du. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Wie mach ich das? Mit Digger vielleicht. Nein. Somit ist nicht so. Mit dem ganz schmalen Winkel von Digger vielleicht. Das könnte funktionieren. Ja, noch schmaler. Oder? Oder so. Ach, mir ist gerade noch aufgefallen, wie es gehen könnte. Wenn man einfach so einen ganz, ganz vorsichtigen Bogen macht, der nur so ganz vorsichtig da ran macht und dann wieder runter nach links weg. Das wäre auch gegangen. Und wir sind aber level ab und kriegen Static. Großes Daumen. Juhu. Map unlocked. Terrace. Gehen wir mal schnell das Punkt, genau den Punkt verteilen. War eigentlich nicht so ein Bock auf Hall. Ja, Benzin brauche ich halt zur Zeit auch einfach nicht, deswegen. Ich würde sagen, ich gehe hier rüber. Och nö. Das Spiel ist wieder abgeschmiert. Mal wieder. Ja, komm. Das Spiel ist wieder abgeschmiert. 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 Vielen Dank.